Denn, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Damit hab ich jetzt auf jeden Fall genug Stück aus. Ich sagte, ich sollte nicht mehr rennen und renne gleich wieder los. Das ist ja schlimm mit mir. So, haben wir erstmal wieder 50 Bilder. Ich glaub, ich hatte irgendwo noch 2, 3 Stück. Hä? Was ist das denn? Hier müssen noch mehr Stücke in meinem Inventar sein. Boah, das ist ja zum Kotzen. Ich richte mich schon wieder auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah! Haben wir ein bisschen Holz. Da zieh ihm reichen. Ich brauch nochmal 1, 6. Also, so, ne? Ich glaube, das müsste genau reichen. Ja, tatsächlich. Und 30 bleiben dann wieder übrig. Mann, 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 Mann. So, ein Kack hier aber auch. Kann sich aber auch stressen mit sonst ihm. So. Jetzt alles schnell wieder weg. Ja, übrigens, das Deck bleibt übrig, aber das ist mir jetzt egal. Mir war egal. So. Dann gucken wir mal kurz, ob wir noch irgendwo ein paar Gmail, der... Nein, äh, hatten. Ich dachte nämlich schon, ja, tatsächlich. So, das habe ich auch noch und was nicht alles, aber egal. Jetzt gehe ich erst mal Essen fassen. Ach, die Tür war tatsächlich offen. Oh. Hab ich ja Glück gehabt. Hab ich ja Glück gehabt. Da oben ist tatsächlich einer drin. Ich hätte da oben vielleicht auch noch ausdrücken können, denn ich hätte ja nicht mal fackeln. Na, alles doof hier. Du willst Stressspinne, wo? Ja, egal. Egal. Jetzt lass mich einmal alle Ruhe. Oh, oh, oh. Ja. Jetzt ist natürlich auch wieder nicht genug... ...dingen sollen gebaut, glaube ich, dass ich alle Bilder los... Warte doch, ich könnte im Flur, könnte ich alle loswerden. Ah, ich kann ja gar nicht mehr sprinten, das ist es ja. Mann, so ein Piss. Jetzt hole ich mir auch mein Steak und keine Kartoffeln mehr. Kann ja nicht immer nur Gemüse-Phrasen. Ist doch eigentlich, Kartoffeln sind Gemüse, ne? Ne, schwar oder ich weiß gar nicht, doch. Ich denke schon. So. So sieht doch schon viel besser aus mit ein bisschen Fleisch. Nein, ich will wie üblich meine Zweierbilder. So zum Beispiel, genau. So ist das schon mal fein. Ja, ja. Hängt da ein Pfeifelchen. Ist in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Mann, Mann, Mann. So geht doch. Ja, fröhliche Musik. So. Die Blumenpöte stelle ich auch mal kurz auf. Blumen können später einmal noch rein. Ich finde nur das Bild, also hier das Icon von Blumenpöten passt gar nicht zu dem, was sie hier stehen. Wenn sie beim Stehen dann auch so werden, ne? Würde ja passen, aber so geht ja nicht. Ich werde zuerst die drei da ausgelassen, weil die sowieso nicht ganz beim nächsten Gepasst hätte. Und das kann ich auch nicht ab, ne? So. So. So ist das doch fein hier. Mehr oder weniger Mann. Ja, ich will jetzt hier keinen Gekreuzigten sehen. So. Sehr schön. Ich glaube, der Typ mag Drachen. Der Typ hat zwei Drachenbilder dabei. Da oben ist tatsächlich noch eine Spinne, ey. Da muss ich dann irgendwann mal ausleuchten. Zu dem nächsten Mal. Wenn ich dann endlich ein paar Fackeln haben sollte. Das ist das Gemälde. Gut. Da war das Gemälde. Ja. Die Gemälde. Geil. Die Hobbit-Höhe. Das finde ich cool. Das mag ich auch. Weil es einfach so immer so schillig ist. Nein, ich will dann einsam. Sehr schön. Danke. Danke sehr. Oder die Spinne ist doch jetzt nicht. Hängt ja immer noch zwei. Gut, ich wollte gerade sagen. Ich will jetzt nicht hier draußen, oder? Ne? Ne, scheint euch da drin zu sein. Gut, aber ich werde jetzt versuchen noch irgendwo ein paar Fackeln her zu organisieren. Wenn nicht, machen wir kurz ein bisschen Holzkohle. 16 oder so Baumstümer oder so habe ich ja noch, ne? Wie viel auch immer. Da werde ich dann schon irgendwas draus gewinnen können. Und tatsächlich, die Bilder werden wohl doch noch knapp. Was ich ja letztendlich gar nicht gedacht hätte. Alle Bilder einigesam mit. Ja, jetzt schon. Aber die Schafe sind selbst durch die Wand so laut, ey. Schlimme denen. Das obwohl die Fenster zu sind. Meine Jüde, Leute. Meine Jüde. Oh. Ein nicht definiertes Bild, das kann ich zweimal, na doll. Nein, ich will zwei breit, nicht zwei hoch. Doch, danke sehr. Danke sehr. Ich glaube, langsam verstehe mich das Spiel ab und zu mal. Wollte ich sagen, und dann macht es nur scheiße. Aber richtige Kacke. Meine Jüde, ey. Meine Jüde, danke. Danke. So gut. Und hier nochmal. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Gut. Mal kurz hier drin. Da fehlen aber, glaube ich, kaum welche. Hier am Kamin können oder so. Ja, das geht doch. Das geht gut. Das passt. Sehr schön. Irgendwann ansonsten habe ich alles mit Bildern ausgefüllt. Soweit? Erstmal. Wird auch noch nicht ganz knapp mit den Bildern. Ja, knarcks, knarcks. Da ich jetzt hier eher nicht hochgebaut habe. Würde es daher nichts mit den Bildern. So, aber verdammt, es lohnt sich gar nicht, da hinzugehen. Wenn ich nicht Fackel mit habe. Das heißt, schnell etwas Holzkohle. Mann, Mann, Mann. Immer nur Stress. Und nichts mehr als Stress. Nein, da. So, das brennen wir mit dem und dem. Und ja, die sieben Werkbäume brauche ich auch nicht mehr. Und das brauche ich für die Fackeln an sich. 24 also. So. Sehr schön. So. Jetzt aber ab nach Oben. Und etwas Holzkohle. Hätten wir gerne. Alter, ich brauche bestimmt noch 20, 30, 6 von dem Zeugs. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Allein schon nur für die Verzierungen. Oh, mein Mann. Hat wohl so viel. Man muss sich irgendwann echt mal alles sammeln. Doof. Und eine Flyer brauche ich auch irgendwann. Also eine richtige Schöne. Dass ich ja wirklich dann alles da so gut bauen kann. Fände ich zumindest nicht schlecht. So, ich bin noch kurz meine sieben Steine ab, die ich auch nicht mehr brauche. So, die lage ich einfach mal ganz da. Und das ist mir doch egal. Mir doch alle egal. Uiuiui. Das muss aber schnell nachgefeuert werden. Na, machen wir mal so. Das sollte eigentlich schon fast reichen. Aber nur fast. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir dessen nicht ganz sicher. Aber guck mal, man sich in das so überlegen. Ich bin, äh, 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 äh. Ja, ich würde überlegen. Ups, hallo, was ich hier denn so. Ah, ah, äh, äh, was ich denn in das kleine Zimmern rein stoppen kann. Der hat mich einfach wirklich nur so in der Sonne. So, Bänkel. Daher natürlich nicht mit. Hier vielleicht sind so ein kleines Bänkchen oder so. Also, ich hatte echt keine Ahnung, was ich hier denn konnte. Gesehen davon halt. Wird halt einfach nur so ein, ja. Raum, der halt einfach da ist. Na ja. Ego, machen wir erstmal schon mal so ein paar Fägelchen. Für oben reicht's dann ja erstmal, aber ich will ja an sich auch nicht immer nur mit ohne Fackeln rumlaufen. Das ist ja irgendwie doof. Das tut mir jetzt leid. Das musste einfach raus. Und ich denke nicht. Alter, ich bin echt froh, dass ich die GameMobile umgestellt hab. Das würde ich sonst jetzt gerade richtig belasten. Mach mal, mach mal. So hier. So hier. Ja, irgendwie wird das schon. Mach mal, mach mal. So. Wird wahrscheinlich nicht ganz ausreichend sein, aber... Den größten Teil sollte es, glaube ich, abdecken. Ja, ja. Schill, Digga. Schill. Ich sag dir, schill. Mann, Mann, Mann. Manche Leute verstehen aber auch gar nichts. Das ist ja schlimm. Nein, so. Wenn schon dann so, ne? Ich hab dir ab und zu mal so meinen Fimmel eben. Nicht mal dafür haben die gereicht. Äh, heftig. Zwar nur knapp nicht, aber sie haben nicht gereicht. Na gut. Holzkohle habe ich jetzt wieder bestimmt. Ich wollte noch ein paar mehr. Spinne, wo... Wo war die denn? Wo ist die denn eigentlich jetzt? Genau. Ich hab sie immer noch nicht gesehen. Ah, so ein Kacke, ey. Ich sollte mich da langsam mal darum begühen, den Hinterhof auch an sich etwas zu gestalten. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwie ein Teich oder so. Mal gucken, was ich hier dann reinstoppe. Ja, das sieht doch schon besser aus. Da kriegen wir 44 Fangen. Die reichen ja noch für oben. Mann, 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 Mann. Immer hin und her laufen. Nichts anderes. Ich glaube, ich werde demnächst auch aber die Aufnahme dann beenden. Aber ich glaube, ich will vorher dann noch irgendwie da auch noch so ein Fenster oder irgendwas muss da rein. Und irgendwie ist ja da die Treppe so im Weg und ach und doof und ich hab ja keine Ahnung, wie ich das dann machen soll. Aber irgendwas muss da bestimmt hin. Oh, das ist natürlich auch jetzt doof, so irgendwas reinzumachen, wenn ich noch nicht das alles verziert habe. So, da noch eine Quackel. Dann machen wir mal wieder hier noch so. Dann einfach noch hier. So. Fertig ist die Kiste. Den ganzen Weg aus Rommelaufen, wo ich einfach hier hinterher reinglaufen kann. Typisch. Typisch. Ja, gut. Na ja. Dann, wenn ich dann schon mal hier bin, mache ich einfach mal diesen hier. Wenn ich da noch rankomme. Scheint so. Scheint so. So, ne? Ich denke mal, das sollte so. Nein, noch nicht so tief. Dahin. Dahin. Sehr schön. Sehr schön so. So ist ja schön so. Ach ja. Wie das eben so ist. Und da ist gerade was falsch. Und hier ist es noch nicht richtig. Das ist mir gerade so aufgefallen. Ich habe mich immer, ich würde das auch so reduzieren. So. Das heißt, da kommt auch noch mal einer tiefer, ja. Das sieht dann so hoch aus. Ich könnte natürlich auch jetzt wieder da einen wegnehmen. Ja, machen wir einfach mal so. Tun wir einfach mal so tun. Und dann passt die Kiste. Äh, da sind die Faggeln. Warum jetzt nur noch 23 gerade hat doch alles gepasst von gerade und so, ne? Oder lag hier noch einer rum? Ach, ich weiß es doch nicht. Theoretisch müssten die auch und gerade sein. Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Mysterium Minecraft. Und so. Facken reicht jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz wieder. Na, ich habe ja noch ein bisschen Spinner halt die Fresse. Habe ja noch ein bisschen, äh, Kohle, Holzkohle im Ofen dann. Wo ist das denn jetzt schon wieder? Hat der jetzt schon wieder für einen Bug? Das ist ja... Wo fehlt jetzt einer? Hä? Ich bin jetzt komplett verwirrt. Wo fehlt denn hier einer? Gib mir doch auf diesen... Jetzt habe ich wieder acht. Ja. Wo fehlt jetzt einer? Ja doch, jetzt passt es wieder gut. Gut, gut. Pange können sogar reichen, ne? Ja. Sie reichen tatsächlich. Denk ich mir, würde ich als Nusses dann wirklich hier den Innenhof so richtig schon auskleiden... Richtig schon auskleiden ist auch wieder... Naja, wahrscheinlich übertrieben. Also ein bisschen verkleiden. So. Da bist du Spinnen, Mann, Mann, Mann. Ah, das hätte langsam echt mein Haus fertig kriegen. Ich will irgendwo meinen Schlafzimmer hier drin haben. Was willst du verkackter Fick er denn hier? Enderperle? Ich meine, Enderperle. Das obwohl ich Blinderung hatte. So ein Scheiße, ey. So, ich warte zur Kohle. Kuda Kohle. Sieben noch. Ja, naja. Naja. Aber jetzt geht's nachher. Jetzt würde ich hier gerne irgendwo... Ob ich meinen Schlafzimmer... Ah, ich weiß gar nicht, ob ich meinen Schlafzimmer hinmachen sollte. Doch die Frage... Ja, doch, dafür brauche ich noch den Weg nach oben. Ich hatte gerade stark überlegt, warum ich die Treppe dann nur so angefangen hatte. Aber doch, doch. Er gibt letztendlich doch irgendwie Sinn. Alter, Schafe, könnt ihr nicht ja noch rauswagen. Das erlaub ich euch nicht. Nein. Das erlaube ich euch nicht. Hau doch ab. Hau doch alle ab, ey. Lass mir doch einfach alle in Ruhe. Alter, was haut dir denn alle ab, ja? Das... Das sehe ich nicht ein. Es gibt böses Fängenschuhi, wenn ihr sowas tut. Stapels. Steht an mich. Ne, die Skelette müssen auch noch mal glauben. Ich bin jetzt gerade in Bäscherlaune. Irgendwie. So, was essen sollte ich auch noch zwischendurch. Hau doch ab. Hau doch ab. Geh doch. Sehr schön. Sehr schön. Mal wieder. Meine Erfahrungskügelchen. Auch nochmal zwei Skelette, ey. Mann, das ist ja schön mit euch, Leute. Ist ja schlimm. Boah, scheiß Aimball oder was? Kann ja wohl nicht sein. Schlangen und Rettkügelchen Ländchen oder was? Kann ja auch nicht stimmen. Ist ja auch mal verkehrt. Boah, alter, gleich zwei Mini-Zong ist, alter. Wollt ihr Stress? Das kann ja wohl nicht angehen, was hier abgeht. Auch dumm aus, sage. Ja, ich weiß, ihr folgt alle den Rudel, bla bla, pracking, die Lama, die Frise. Ich mache euch alle fertig, weil ich alle vernichte. Dich auch. So. Will doch jemand Stress? Ja, wer will. Was haben wir hier so einiges an... Ach, schon wieder ein Bogen, ey. Sagen wir den ganzen Scheiß Bögen. Ja, jetzt gerade sie können nicht battle. Da ist schon wieder einer im Haus, ey. Wat? Hä, wat denn? Komm mal her. Ist er noch irgendwo zu dunkel oder was? Ach, scheiße, ey. Erstmal muss ich das Skelett auch machen, glaube ich. Nein, so. Ich denke zwar nicht, dass ich jetzt drüber habe. Ach, jawoll. Ich kann es einfach machen. Weil ich ihm selber nicht mitgerechnet hätte. Das ist ein Zombie, ja. Jetzt habe ich wieder eine Spinne. Okay, mir hat eine Spinne. Alter, die sind ja fies aus. Hau doch ab. Lass mich noch mal in Ruhe. Ja, Skelett. Ich weiß nicht, wie aus. Wie viel langer Tag war? Die Nacht durchgefeidet ist doch nicht verkehrt. Mal so zwischendurch. Zombie, zu mir, ja, ich weiß. Volk, meiner. Das ist eine ganze Menge. Das finde ich gut. Das mag ich jetzt gerade irgendwie. Bei Zombies kann man doch recht gut besiegen. Ohne Moriba, mal wieder. Karotte. Und das war gerade hier. Das auch mal nicht von dir. Das war aber so. Goldzeug, was nicht alles. Karotte, Knochen, Fleisch. Wer will noch. Gerade nicht ganz glücklich. Hat tatsächlich, was ich gerade vorhin runtergeschafft habe. War, glaube ich, das, ne? So. Und wer will noch? Wahrscheinlich ist keiner mehr. Und jetzt haben sie nämlich die Hände. Aber weich, ja. Oh. Da gerade irgendwie übel war es nicht ganz glücklich. Da meine Clip doch relativ in Ordnung ist. Und nicht wieder verzaubern. Das ist der Hauptgrund. Das ist der Hauptgrund. Ich könnte ja meine Monster-Fall aber weiter machen. Ja, das wäre nicht nur was. Aber heute habe ich nicht mehr Bock, da so wirklich so rumzureißen, wie ich zum Besten machen konnte. Ich hätte natürlich, wenn ich das einfach anders gemacht hätte, dann hätte ich sie ganz leicht bauen können. Das geht damit runterfallen mit den Pistons. Was mir da so... Oder was ich gerne so bauen würde. Aber... Da ich das ja mit diesem Mittelgang haben will, die Mittelgang nach unten, wird das ja leider nicht so einfach. Und dann muss ich da müssen rumprobern und so. Ne? Was ich jetzt mache, ich späller. Keine Marke da. Ich kann ja auch mal mein... möglichen Verzaubern, wenn ich zur Rüstung, Rüstung... Und dann ganz... Götze auf dem Dauern. Das weiß ich noch mal, die... Dann langsam habe ich ja... Ich meine, ich werde die Götze an, wozu braucht die, das ist zur Frage, nicht. Aber ich habe sie halt einfach. Wer weiß, vielleicht wenn ich später und wie mega wertvoll oder was weiß ich alles. Dann haben wir schon wieder komplett Heilerose. So, ich habe doch hier irgendwo Stärke 5 auf dem Buch. Genau. Die Witter für 16 Level, das wäre recht geil. Ja. Gut. Äh, habe ich denn noch genug... Habe ich überhaupt noch Bücher? Um gerade los zu verzaubern. Und das mit Level 8. Ja, wohl. Recht gehört. Mit Level 8. Ah, 9. Toll. Ach. So, da bin ich wieder. Da hat sich Minecraft einfach mal gerade so verabschiedet. Warum auch immer. Ich habe keinen blassen, was der Scheiß sollte. Er wollte wohl nicht, dass ich Level 8 kriege. Dann werde ich wohl wirklich gleich demnächst... Ähm... Ah, verdammter, war die 8 jetzt. Werde ich demnächst mal eine Aufnahmepause machen. Passt ja. So, und nochmal der ganze Scheiß. Also, ich glaube, das Spiel will tatsächlich nicht, dass ich verzaubere. Ähm... Dafür entschuldige ich mich jetzt natürlich, aber da kann ich jetzt hier auch nichts dran ändern. Ich denke mal... Nein, falscher Knopf. Ich denke mal, dann werde ich jetzt einfach die Aufnahme beenden. Weil jetzt zweimal direkt sie dann einfach abgeschmiert ist. Das kann ich nicht ab... Nee, 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 nee. Da mag ich nicht, mag ich nicht, nee. Also, ich... Bis zum nächsten Mal. Und haut rein, Leute. Ciao. Ciao.